Vor zwei Jahren wurde intern gegen sie ermittelt, weil sie seiner Organisation polizei-information zugespielt haben sollen. Ich weiß nicht, was ich zu erzählen. Ich weiß, dass ich vor Jahren seit Jahren mit dem Falle verabschiedet habe, dass du mit den Schirten und mit ihnen verabschiedst. Wir sind jetzt in der Situation mit Joumit Tagamanouf. Und das wird von der Tschingie sein. Untertitelung des ZDF, 2020